Guten Tag, Herr Pfarrer. Guten Tag. Was möchten Sie mir und Gottes Ohren anvertrauen? Ich... so viel. Nun dann? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Fangen Sie einfach an. Das wird dann ganz leicht. Ich war's. Ich bin schuldig. Ich war auf einer Reise. Schon eine ganze Weile. Allein. Die Sünde war in mir. Was hab ich getan? Weiter. Oh Gott, benutze nicht Gottes Namen. Verzeihung. Alles hab ich getan, was ich von mir wollte. Und mehr. Ich war's notizier. Bin hilflos. All diese Bilder in meinem Kopf. Alles bald ruhig, es gab ein Fell, das sich immer schneller dreht. Viel zu spät, um abzuspringen. Es ist nicht das Fleisch. Es ist der Kopf, der mich quält. Ich hab seit Tagen nicht geschlafen. Über all meine Gedanken. Ich weiß nicht mehr, was wirklich geschehen ist. Und ob es überhaupt geschehen ist. Aber mein Ohrring. Mein Ohrring, der ist weg. Hallo? Hallo? Nein. 6 excesses. 06. 06. 06. 06. 07. 07. 06. 06. Untertitelung des ZDF, 2020